Ein Toilettenwaschraum mit Waschbecken, Spiegel und einer jungen Frau, die sich schminkt. Aber der Spiegel ist kein Spiegel, sondern eine Glasscheibe. Hinter der Glasscheibe gibt's den gleichen Waschraum nochmal, Spiegel verkehrt natürlich. Und die junge Dame, die Sie hier sehen, das ist nicht eine junge Dame, sondern ein Zwillingspaar. Mit einer Schwester hinter der Scheibe und einer davor. Das ist ja seltsam. Sehen Sie mich im Spiegel? Also ich kann Sie sehen. Ich Sie auch, aber... Das ist ja grob. Sie selber sehen Sie aber nicht? Doch. Aber ich sehe mich da nicht. Oh, zu viel Adler gesehen. Jetzt sehen Sie mal da hin. Gucken Sie, ich gucke mal da hin. Ich sehe Sie aber nicht. Und jetzt sehe ich nur Sie und ich nicht. Also ich kann Sie sehen. Ja, ich sehe ja auch. Jetzt müssen Sie erst wissen, was das ist. Ich sehe hier auch das, aber... Achso, die Hand ist nicht gesehen. Die ist nur von Frau Lange. Das ist... Stehen Sie mal da hinten. Nein, ich sehe ich nicht. Was ist das denn? Was ist das denn für ein dummer Scherbe? Tatsächlich, Sie müssen sich sehen, wenn Sie das sehen. Ich weiß nicht. Ich habe das ja auch sichtbar. Was ist los? Entschuldigen Sie, wie spät ist das? Ich bin ja vier. Danke. Liebe. Haben Sie ein Problem? Was ist denn, dass Sie das spät? Also ich kann Sie sehen. Ich mich nicht. Kann ich auch nichts dafür. Das wäre eigenes Worte. Nein, Sie auch nicht. Entschuldigen Sie, wie spät ist das? Ich bin gut, ich bin ja nicht mehr. Spät ist kaputt. Gegen vier, kurz nach vier. Danke. Ich hoffe, ich spiele mich verarschen. Haben Sie ein Problem? Ich hoffe, ich spiele mich. Ich glaube, es war früher. Tolle Anmache, wirklich. Erzähl mich nicht. Entschuldigung. Sehen Sie mich im Spiel? Ja. Ich sehe mich da nicht. Das ist einfach nicht. Das ist keine Ahnung. Wahrscheinlich sind Sie ein Vampir. Ich bin nicht. Das ist doch so. Ich bin nicht. Was sind das für ein Spiel? Hier kann man sehen und hier kann man nichts sehen. Soll ich mich mal bei Ihnen dahin stellen? Das ist ja merkwürdig, ne? Das ist ja ein Ding. Sie sieht man und mich sieht man nicht. Ja. Das haben wir aber schon nicht erlebt. Das ist ein Ding. Ich bin unsichtbar. Auch ein Schiff. Können Sie sich sehen? Nee. Sie können mich sehen? Ja. Ich sehe mich nicht. Jetzt sind Sie wieder weg. Ich würde direkt mal gucken, wenn jemand anders reinkommt, ob das auch so ist. Jetzt siehst Sie wieder. Das Ding, ne? Ich komme vom anderen Stern, glaube ich. Das ist mir zwar noch nicht bewusst, aber irgendwas stimmt dann nicht. Das verstehe ich nicht. Nehmen Sie nochmal die Brille runter. Wieder nicht? Jetzt zieh ich mir noch den Mantel. Schäte dich mal hier, ob da hier... Da kann man euch angehen. Ich habe zu dir... Das habe ich noch nicht erlebt. Ja. Ja. Das ist mir jetzt. Ja. Kommt ihr nochmal zurück? Weiß ich nicht. Weil das ist doch... Oder ist das ihrs? Das ist... Achso. Ja. Ja.